Weil Berlin nicht Stein oder mehr ist, muss ich trotzdem versuchen, hier mein Inneres Gleichgewicht zu finden mit Chris Hemsworth. Das ist einfach Tor, Leute, das ist einfach Tor. Chris Hemsworth. Ganze kann es auch nicht fassen. Ja, das hat uns so geflasht, dass wir erstmal fett ein paar Drinks kippen mussten. Und wir waren im Schwarzen Café in Berlin, da kann man um drei Uhr nachts Spaghetti holen. Die schmecken lecker. Sogar Janel hat davon gehört und ist gekommen. Ne, wirklich lecker, kann ich empfehlen. Aber dann sind wir aus Versehen im 808 gelandet. Wie kann man da aus Versehen landen? Und einen Tag später bin ich einfach bei einem Football-Spiel gelandet. Wie geht sowas? Das Essen war hier lecker und dann habe ich diese hier getroffen. So was finde ich so geil, das will ich auch machen. Das ist so geil. Das war der Sonnenuntergang, der hat mir Hoffnung gegeben, aber die Prosecco-Flasche ist explodiert. Ja, verschwendeter Alkohol, das geht gar nicht. Wo ist mein Inneres Gleichgewicht?